Foodfact! Kennst du eigentlich schon die unterschiedlichen Darreichungsformen von unserer Gemüsebrühe? Als Würfel ist unsere Gemüsebrühe bereits super praktisch vorportioniert und damit perfekt für den Vorratsschrank. Als Pulver ist unsere Gemüsebrühe frei dosierbar. Dadurch ist sie dann super schnell auflösbar und besonders ergiebig. Die schonend eingekochte Gemüsebouillon ist geschmeidig, sofort löslich und damit ideal zum Verfeinern oder Würzen von Soßen und individuellen Gerichten.